Sein Name ist Keenan. Commander Samuel Keenan. An der amerikanischen Botschaft in Moldawien... Willkommen in der Scheiße, Commander Keenan. ...hatte der Elite-Soldat Sam Keenan einen ganz normalen Auftrag erwartet. Aber das war ein Irrtum. Jetzt... Die Kommunisten stürmen den Präsidenten. Alles. ...wird die Botschaft belagert. Lassen Sie erst die Geisern frei. Und ein Staatsstreich steht bevor. Verbarrikadieren. In dieser aussichtslosen Lage erscheint jeder Widerstand unmöglich. Doch Keenan hat eine Idee. Dann macht ihn die Hölle heiß. Das ist ein Befehl. Yes, Sir. Jean-Claude Van Damme. Second in command. Willkommen auf amerikanischem Boden, Herr Präsident. Es ist Zeit zu handeln. Jetzt auf DVD.